So, einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu diesem Infovideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es ist wieder so weit, dass ich für euch ein neues Infovideo raushauen tue. Und zwar gehe ich morgen mit meiner Familie für eine Woche in den Urlaub. Also ich werde dann nach dem 27. August wieder zu Hause sein. Solange bin ich nicht erreichbar, da kommen auch in der Zeit keine Videos und keine Livestreams für euch. Noch vor einem Jahr zu der Zeit habe ich 255 Abonnenten und knapp 99.000 Aufrufe geschafft. Und nach einem Jahr stehe ich bei 480 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von knapp an die 149.100 Aufrufe. Also wie immer bin ich nicht gerecht, hätte ich bei jedem Einzelnen, der ein kostenloses Abo dalässt, die Glocke aktiviert, die Videos liked, kommentiert, die Videos teilt. Das ist alles kostenlose Unterstützung. Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, ihr seht's, meine Haare sind geschnitten, der Bart lasse ich noch ein bisschen dran und machen dann irgendwann weg. Mal schauen. Und ja, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit. Bleibt alle gesund, baut keinen Mist. Und wir sehen uns dann nach meinem Urlaub wieder. Und vielleicht, wenn ich zurückkommen habe, vielleicht schon die über 500 Abonnenten. Darauf würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die voll machen könntet. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit. Einer Julian. Habe die Ehre. Servus. Und Tschüss. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit.